Dumme Gedanken hat jeder, aber der Weise verschweigt sie. Das Schönste aber hier auf Erden ist, lieben und geliebt zu werden. Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, wo wir lieben. Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung. Um Neid ist keiner zu beneiden. Wer anderen gar zu wenig traut, hat Angst an allen Ecken. Wer gar zu viel auf andere baut, erwacht mit Schrecken. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Der Philosoph hat wie der Hausbesitzer immer Reparaturen. Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen. Unglück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge. Enthaltsamkeit ist das Vergnügen an Sachen, welche wir nicht kriegen. Man nimmt in der Welt jeden, wofür er sich gibt, aber er muss sich auch für etwas geben. Man erträgt die Unbequemen lieber, als man die Unbedeutenden duldet. Ausdauer wird früher oder später belohnt, meistens aber später. Was man ernst meint, sagt man am besten im Spaß. Kein altes Übel ist so groß, dass es nicht von einem Neuen übertroffen werden könnte. Die Wahrheit ist zu schlau, um gefangen zu werden. Wer längst Vergangenes in der Gegenwart aufsuchen möchte, setzt sich meist einer großen Enttäuschung aus. Genug, wenn's kommt, ist immer zu wenig, wenn's da ist. Toleranz ist gut, aber nicht gegenüber den Intoleranten. Mancher ertrinkt lieber, als dass er um Hilfe ruft. Nur in der Tiefe der Seele, mit Hilfe jener Kraft, die stärker ist als alle Vernünftigkeit, kann Trost und Ruhe gefunden werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017